Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, ganz kurzen, kein Let's Play, sondern einfach nur so eine Folge. Wie kommt man schnell nach unten? Ich habe euch ja im Vorvideo gezeigt, was gestern veröffentlicht wurde. Wenn nicht, ich vergesse das richtig zu timen alles. Gezeigt, wie man normal halt runterkommt, um alles zu erkunden. Aber wenn man schnell nach unten... Ich zeige euch gleich, wie man schneller nach unten kommt. Ich hoffe, ich wurde jetzt nicht geschnitten, weil oben bei diesem grünen Punkt war gerade Pause. Das Pausezeichen. Da fährt jetzt auch nicht so schnell. Ganz normal. Ich bin wie gesagt jetzt im Vegetarian-Mode, das heißt, ich kann nicht angegriffen werden. Oder beziehungsweise es gibt gar keine Angreifer. Normalerweise müsst ihr... Klettern. Viel klettern. Sehr viel klettern. Vielleicht sogar die richtigen Weg finden, das weiß ich Gott gar nicht. Ne, da runter, da runter, da runter. Da, 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 da. Und wir machen das so. Müsst ihr natürlich genau gucken. Unten sind hier die Steine, ein bisschen vorwärts. Und... Klatsch. Ihr seid... Ganz unten. Ich bin Vegetarian-Mode. Ich speichere ihn nicht an. Also ist die Gina das gerade mal egal. Ich hoffe, dass hierhin jetzt nicht noch mehr Viecher sind. Das wäre es natürlich sehr... Junge. Ich glaube, dass... Ich glaube, hier mussten wir gar nicht runter. Doch, hier müssen wir auch runter. Da müssen wir übrigens hin. Warum kann man hier nicht durchklettern? Ach, hier liegt was. Nein, hebe ich jetzt nicht auf. Nachher ist das... Ich speichere nicht ab, wie gesagt. Genau. Dann kommt er von hier. Guckt er kurz runter. Hier ist es ein bisschen kniffliger. Dann springt er nach hier. Ich glaube, hier kam noch mal ein... Ach! Mist! Hier hätte ich abspeichern können. Mist! Wüsste ich nicht. To-Do-Liste? Okay. So. Ja. Und schon seid ihr eigentlich unten. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja. 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 Ganz genau. Ganz genau. Alles wird gut. Ja. Ich glaube, es ging nicht... Ich glaube, es kam nicht noch mal irgendwo etwas, wo man... Ich sage mal, runterfallen kann. Vielleicht sogar muss. Wow. Und... Oh! Oh nein. Wie? Ja. So könnt ihr halt ganz schnell runterkommen. Dann... Och du Scheiße. Hier muss ich noch durch. Für mich ist natürlich ein großer Spoiler. Und... Ja, hier muss ich... Ach du Schande. Junge, Junge, Junge. Darum wollte ich das eigentlich ausmachen, dass ich den... What the fuck? Genau. Und hier könnt ihr dann runtertauchen. Haltet hier fressen. Das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Gut, es war gestern für euch, aber für mich... Oh Gott. Ich will auch alles... Alles... Niedermetz. Ja. Du Schönerer. Also... So kommt der schnell nach unten auf jeden Fall. Einfach runterspringen. Wow. Wow. Das ist der Wahnsinn. Na gut. Vielen Dank fürs Zufrauen. Tschüss. Komm doch her. Komm her. Los. Los. Versteckt. So gut wie gar nicht. Tschüss.